Lucky Structure! Wo, wo, wo? Let's go! Pass auf! Oh! Nein! Willkommen zu Folge 3! Und Fisch, warum hast du keine Items? Was willst du den Leuten erklären? Fisch, 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 was willst du den Leuten erklären? Ja? Rogenboot hat mich leider in der Pause gekillt. Keine Ahnung warum. Mhm, er hat ihn in der Pause gekillt und obwohl das in der Pause... Oh nein. Du hast den Lucky Structure geöffnet. Ey, die Leute wollten das sehen natürlich, ne? Hättest du ihn irgendwann anders geöffnet, wäre da vielleicht was Besseres ausgegangen. Okay. Also Leute, Fisch wurde tatsächlich gegillt und er hat jetzt keine Items, ja? Die zwei Lucky Blöcke, das sind jetzt seine Items. Ja, das sind jetzt seine Items. Mhm, ja, ja. Der wird so schlecht sein. Mhm. Aber Leute, weil Fisch tatsächlich... Ja! Ja! Huppi ist tot. Jawoll. Huppi ist tot. Aber er kann ja respawn, ne? Jetzt muss ein Rogenboot eigentlich... Nur Rogenboot muss sterben noch. Mhm, ein Team ist tatsächlich jetzt schon raus, und zwar das Team von Sabrina und Justin. Wir sind tatsächlich nur noch zu acht drin. Ähm... Okay. Alessio ist noch drin, also Forrest, äh... Und die Teams... Ja, ihr seht hier die Liste natürlich eingeblendet. So, Fisch, wo bist du? Ich bin aber ein Rogenboot und Forst. Wenn das Forst und Rogenboot da waren, die da beide an der Stadt waren, dann habe ich gesehen, wie die beiden... Die standen halt beide aufeinander und haben sich nicht gekillt. Sicher? Oh, das muss ich... Das muss ich da noch fragen, ne? Hm... Vielleicht hast du es auch... Vielleicht hast du es auch nicht richtig gesehen. Vielleicht... Vielleicht hast du es auch nicht richtig gesehen. Ich hab da... Also ich bin mir sicher, ich hab da zwei Namen auf der gleichen Stelle gesehen, und die haben sich nicht gekillt. Aber die waren alle da. Die... Die waren alle grad in der Stadt, ne? Ich war ja grad... Ich hab bisschen rumgefragt. Das Ding ist, ja... Ich weiß halt... Hätten noch Popi... War... Du sagst aber Rogenboot... Rogenboot war ja da. Und Forst war... Haben wir ja den Namen gesehen. Jaja... Okay... Da unten ist... Da unten ist ein Lucky Drop. Jaja... Let's go. Hier ist so ne ruhige Gegend. Also hier könnte man ganz gut, ähm... Etwas bauen. So ne kleine Base oder so. Oder? Was sagst du? Sagen wir hier so ein Respawn-Plant bauen. Genau. Weißt du... Weißt du was ich meine? Wenn... Hä? 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 Lass mich öffnen. Lass mich öffnen. Ah. Oh mein Gott. Wie schlecht. Okay, lass mal schauen ob hier irgendwas ist. Wie kommen wir jetzt rüber? Ähm... Einfach zu fliegen. Ja, cool. Okay. Okay, komm mit, komm mit. Ja, wow. Komm mit. Ein... Ey, sei doch jetzt nicht so. Nimm jetzt hier die Richtung. Okay. Okay. Hier ist unser Respawn-Punkt. Okay? Weißt du wie wir es machen? Ja. Wir haben hier unter diesem Baum, das merken wir uns, so eine Schalker. Oh mein Gott. Warte. 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 So. Hier haben wir so eine Schalker und dies... Äh... Und da packen wir jetzt unsere Items rein. Und wir machen hier einen Respawn-Punkt. Das heißt, falls wir sterben sollten, ne? Ähm, einer von uns... Lass das Bett vergraben. Oder irgendwo verstecken. Oder irgendwo verstecken. Das wird schon eh keiner checken, dass hier unsere Betten sind, oder? Also, mach mal deinen Respawn auf das linke Bett. Okay. Wir haben rote Betten, das ist dumm, ne? Dumm. Tränke. Ja. Okay. Diese ganzen Sachen kannst du da reinlegen. Diese unnötigen Sachen. Aber trotzdem, wenn man die braucht, dann braucht man die halt. Äh, Fisch, ich hab für dich ein Geschenk. Oha, ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert. Wow. Warte, ein Verzauberung. Äpfel nehm ich mit. Ah, Feder. Obsidian mach ich auch hier rein, oder? Obsidian. Da können... Oder Obsidian können wir so eine feste Base bauen, ne? So eine luftfeste Base bauen. So. Nein, dann ersticken wir am Ende. Okay. Ähm, so. Wasser, Wasser. Ja. Okay. Äh, wollen wir es austesten? Ich töte dich mal. Und dann schauen wir mal, ob du respawns hast. Nein, Spaß. Wir könnten nicht mal so pranken, als ob ich dich so töte, weißt du. Okay, lass mal ein bisschen... Ja, komm, das ist so ein chilliger Wald hier. Lass mal schauen. Ich glaub, da hinten ist die chinesische Stadt, oder? Ne. Ne, ne. Da sind doch bestimmt Leute. Da. Komm mit. Ja, bei der chinesischen Stadt kann ich mir... In den Höhlen sind vielleicht... 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 Da ist ein Eisenlucky Block. Und ein Skelett. Bestimmt, in den Höhlen sind... Äh... Gibt zweimal so viele Witterlucky Block, hä? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Also, wir haben jetzt tatsächlich keine Drops, ne? Hä? Da ist ein... Da ist der Eisenlucky Block da unten. Wo siehst du ein... Ah, Eisenlucky Block. Let's go. Ja, wir sind reich. Rate mal, wie viel... Ich habe 21 Eisenblöcke und 60 Eisen in Bar. Willst du einen Bar oder einen Blöcken? Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Bar oder einen Blöcken? Okay. Ein Witterlucky Block! Ne, das ist ein Kohlelucky Block. Achso. Wo sind die Witterlucky Blöcke? Komm hoch wieder. Soll ich hochkommen? Du hast eh keine... Du hast eh keine... Du hast eh keine Blöcke zum hochkommen. Wie willst du jetzt hochkommen? Äh, ich habe Eisenblöcke. Da... Da ist... Also, die Rüstung trage ich jetzt nicht zu dir, ne? Hä? Ja, da unten liegt die Rüstung, Fisch. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, mein Inventar ist voll. Ah, obwohl ich habe es selber. Okay, egal. Egal, sorry. Das ist lustig. Nein, denkst du, so ein Roggenbrot wird checken, dass da eine Schalker vergraben ist? Nee, Roggenbrot checkt eigentlich gar nichts. Ja, ja, ja. Der wird das nicht verstehen, deswegen. Der wird das nicht verstehen. Hupi, geht's nur um... Okay, ich zeig jetzt den Weg zum Vogel aus. Okay, okay. Fisch ist natürlich mein Guide Tour. Äh... Was? Was ist der... Was? Achso, Damage wahrscheinlich, oder was? Hä? Nein, das Vogel, das gefällt mir so gar nicht. Das ist so nah an der Stadt, ne? Zu nah an der Stadt, Fisch. Zu nah an der Stadt. Ich geh einfach hin. Bleib weg, bleib weg. Ich geh. Ich geh auch hin. Ich geh auch hin. Hä? Schau mal vor, da ist ein Drogenboot drin. Lucky Structure! Wo, wo, wo? Let's go! Oh! Pass auf! Oh! Nein! Oh mein! Okay. Okay. Wir... Riff. Riff an alle Papageien. Okay, ne, ich geh da nicht mehr hin. Ich auch nicht. Nein, nein. Die Stadt ist, die Stadt ist mir zu gefällig. Wo ist die Runde gehört wahrscheinlich. Okay. Ja, komm, lass da nach unten gehen, in den chilligen Wald. Wir könnten wir Rogenboot hinlocken. Oh mein Gott, schau mal hinter dich. Oh, gut. Lucky Block. Und der ist? Der ist gut. Naja. Hier könnten wir Rogenboot hinlocken und reinschubsen. Ja, ist halt so. Einer ist der Köder, einer noch Drogenboot hin und der andere... Pass auf! Pass auf! Nein! Wo bin ich reingeflogen? Oh nein! Nein! Mein Prank war besser. Hä, was für dein Prank? Ich bin aus der Seele reingeflogen. Nein, ich mein mein Prank... Mein Prank mit dem Dice-Spieler war besser. Achso, achso. Ja, also ich hab's für eine Sekunde geglaubt, ne? Okay, wo bist du? Die waren alle... Hier, Lucky Mops. Fisch! Haben die Hobbies? Nein, keine Lucky Mops. Tut mir leid. Wir öffnen das. Nein, nein, nein! 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 Das war so... Hä? Hä? Was ist das da? Hä? Du kannst... Du kannst mit dem Schwerteschwein-Sobby-One-Hit-Killen. Egal, der ertrinkt, der ertrinkt. Wie hieß der? Keine Ahnung wie der... Der hatte so einen Name-Tag. Wir müssen... Wir müssen mal so einen Name-Tag machen, dass einfach so Roggenbrot nennen und dann so killen. Stell dir mal vor, dass dort oben am Berg wären alles wieder Lucky-Blöcke. Ah, das sind leider nur Kohle-Lucky-Blöcke. Komm mit. Junge. Ah, ich wollte dich erschrecken. Okay, war der Schmiedtisch? Der geht doch leicht, oder? Schmiedtisch. Ach, wir brauchen... Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Leute, wenn es an Holz scheitert. Ah, Eisen. Ja, okay. Eisen habe ich ja. Eisen habe ich auch. Wirst du dann... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche ihn. Ja. Okay, ich habe ihn. Let's go. Okay. Ich habe 8 Netherite. Was können wir alles entscheiden? Ich habe eine Diamond-Brustplatte. Oder hast du die mir gerade gedacht? Ich habe Dia-Schuhe. Ich habe Dia-Schuhe. Okay. Droppe sie mir. Und... Und ein Dia-Schwert. Echt? Du musst den Netherite-Brustplatte nehmen. Weil ich habe die Elytra. Ich habe die Elytra. Okay, dann nehme ich die Schuhe. Dann nehme ich die Netherite-Schuhe. Und ich habe noch ein Schwert. Haltbar kein Dreischwert, aber egal. Okay, das... Willst du das haben? Kann ich. Ah, ich habe ja schon Netherite-Schwert. Du hast da schon eins. Ja, ja. Oh mein Gott, das... Egal, Essen for free. Egal, Essen for free. Egal, Essen for free. Egal, Essen for free. Kann sogar... Schau, ich habe hier sogar noch mehr Eisen gefunden. In dieser... Naja, so... Oh! Creeper, Creeper! Nein, er hat die Eisenblöcke kaputt gemacht. Hä? Lass nicht... Okay, warte. Lass hier so reinbauen. Ein bisschen. Und so einen kleinen... Ja, ja. So wie damals. So wie damals. Wo wir so ein Survival-Projekt gemacht haben. Und wir auch so ein Werk. Ja. Aber an der Oberfläche. Ah, ja. Okay. So, ich habe jetzt eine Werkbank gecraftet. Okay. Ähm... Fackeln, ne? Fackeln. Achso, ich brauche Stücke. Hä? Er starb einfach. King Croc starb einfach. Hä? Oh! Oh, oh, oh. Ich höre schon das... Läuten, ne? Okay! Leute, das war's. Hä? Warum kann ich... Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Nein, ich habe außerdem 48 Fackeln gemacht. Oh nein. Nein. Er starb durch sich selbst, schreiben alle. Okay. Okay, wir haben die Höhle ein bisschen ausgelauchert, Fisch. Wo bist du? Okay, ja, ich bin hier hinten, hallo. Ah, ah, du dux. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir hier unser kleines Lager. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Lucky Islands.